Stell mir gerade vor, ich bin in der Sauna und einer dreht es immer höher, immer höher. Ab wann, also wann bin ich dann tot? Und ich, ich weiß es nicht, ich hab's. Also bei 100 Grad denke ich, wenn der Schweiß direkt anfängt zu kochen, der Schrimp ist schon gar. Es gibt ja auch in Finnland immer so Sauna-Weltmeisterschaften, da gehen die auf Temperaturen bis 130 Grad, glaube ich. Die gehen dann aber nicht mehr rein, weil das sehr gefährlich ist. Achso, ich dachte, die gehen nicht mehr raus. Nein, das ist normal, aber das machst du halt nicht. Also wenn du merkst, die Temperatur in der Sauna ist zu hoch, bleibst du halt draußen. Das schützt die Haut und ist auch gesund.